Hantai wie und herzlich willkommen zurück zu Sims 2 in schönen Sichtingen und hier mit Familie Braun. Und zwar Detlef Braun, der jetzt von den Sensemann, der den Sensemann ausgetrickst hat, so muss ich sagen. Und das hier ist Britney, die gerade ein Date hat hier mit dem, wie heißt er, Georg Bandervogel. Und naja, so ganz zufrieden bin ich nicht wirklich, weil er auch nur zwei hat, zwei Blitze. Ja, ich weiß bei ihr noch überhaupt nicht. Weiß nicht, Pia Picasso, der ist noch ein bisschen jünger, muss ich gestehen. Vielleicht wird sie auch erstmal ganz allein bleiben, weil sie irgendwann heiraten sollte. Ich würde gerne bei ihr aber auch die blonden Haare behalten, deswegen wäre er mir zum Beispiel auch nicht unbedingt... Unbedingt der, ja, den ich wählen würde, wobei er natürlich braune Haare hat. Das ist vielleicht dann noch gar nicht mal so schlimm. Naja, wir schauen einfach mal. Ich muss mal gucken. Das wird sich dann zeigen. Das entscheide ich nicht jetzt sofort und alles. So, genau, du kannst auch nochmal essen gehen. Und dich habe ich, glaube ich, eigentlich schon weggeschickt, aber du legst einfach die Reste nochmal kurz weg. Und dann kannst du immer noch nach oben. Oder liegt Bruno so sehr im Weg? Er liegt schon ein bisschen im Weg, finde ich. So, Britney hat natürlich auch nochmal einen Wunsch vielleicht nochmal übrig. Oh, das sollte ich noch ein Blind Date machen. Sie ist ja noch da. Und ich kann sie nicht mehr anklicken. Ach, blöd. Die kommt echt nicht vorbei. Bruno, steh doch mal auf. Loben für, kannst du im Weg bleiben? Ich kann nicht mal loben. Aber, komm schon, wach auf, dass ich dich loben kann, Bruno. Und dann gehe ich an ihm vorbei und gehe schlafen. Komm, los. Ja, jetzt Treppe erwischt. So, Detlef, dann räum du mal auf. Und hier kannst du noch hier vorne aufwischen. Ich weiß immer wieder nicht, wer es war. Mann, no. So was doofes. Und Britney, willst du noch ein Kind, äh, noch ein Hündchen haben? Drei Tage. Komm, eigentlich nicht. Komm. Wir holen uns noch einen Hund. Und dann haben wir wieder vier. Wenn, also mit den dreien, die jetzt hier sind, haben wir drei, sechs Stück. Und dann wäre das das siebte, der siebte Hund. Oh, die hätte gleich auch eigentlich mal Hunger, aber okay. So, ich glaube, komm, ist egal. Was? Sich in Diana verlieben. Hallo? So, wir schauen mal. Wir haben hier ja auch teilweise die, äh, großen, ne? Große, große Hunde. Vielleicht auch mal einen kleinen, mal schauen. Ach, guck mal. Celeste. Könnte man auch. Ja, die steckt noch fest, die Susi. Dakota. Die Susi war auch eine, eine der kleinen Hunde. Das war die, die wir, die hier, ähm, äh, auch war. Und bei den Großen müsste genau Buddy auch dabei sein. Benni, Knuffi, Figaro. Alex war auch ganz süß. Strolch ist immer noch hier drin. So, ja. Tina. Ich weiß nicht, wo Tina herkommt. Keine Ahnung. Ja, auch total schlechte Manieren, glaube ich. 4.220. Naja, gut. Ähm. Was will ich denn? Meibchen oder Männchen? Eigentlich wäre mir ein Weibchen lieber. Dumm, faul, zutraulich, ängstlich, penibel. Hyperaktiv, ängstlich, schlampig. Dumm, zutraulich, ängstlich, penibel. Ich nehme den Großen und nehme eine weibliche Welpe. Ich hoffe, ich kann ihr noch einen Namen geben. Naja, gut. Geht, geht er? Geht er von alleine? Oder muss ich jetzt nicht verabschieden, so? Äh, was? Wie bitte? Hallo? Warum küsst ihr euch? Hä? Ich habe es nicht mitgekriegt, oder was? Ihr habt nur getanzt miteinander. Das habe ich jetzt echt nicht verstanden. Oh, weibliche Welpe. So, wartet. Äh, ich muss mir einen Namen ausdenken. Mist, ich habe irgendwo mal einen Namen von euch, aber... I'm sorry, ich habe keinen Namen gerade. Ähm, ich muss hier nicht unbedingt bei B bleiben. Das muss ich jetzt bei den Welpen nicht auch noch machen. Ja, warum bleibe ich nicht bei W? Weibliche Welpe. Und da könnte ich vielleicht... Wilma habe ich jetzt eigentlich schon. Wanda habe ich auch schon. Ähm... Ich weiß es nicht. Zita. So, bitteschön. Zita. Sehr schön. So, du gehst mal auf Toilette. Genau. Und Detlef könnte ja eigentlich mal die Zita irgendwo begrüßen. Die kommt hier gerade rüber. Und, ähm, warte. Wohin zieht sie denn hin? Upsa. Irgendwie hat... Ja. Loben für wild umherlaufen. Nee, ich schimpfe mal ein bisschen aus für wild umherlaufen. Gib ihr aber auch ein Leckerchen. Und, ähm, spiele kurz mit ihr. Borg. Borg blieb. Biedel Borg. Hm. Komm an, und wird aufgeschimpft. Hä? So, dann haben wir nämlich zwei Jungs. Und zwei Mädchen. Belinda, Bruno, Fridolin und Zita. So, nimm mal hoch. Und bring sie mal ins Haus. Das wäre vielleicht mal ganz cool. Komm schon, Detlef. Trag sie ins Haus. Ah, Angela muss auch mal gucken, komm. Hier hingehen. Ich hoffe. Du nimmst sie mit. Ja, okay, nimmt. Nimmt sie auch. Dann, ähm, guck mal. Guck, du kannst nur... Oh, Zauberwirken. Aqua Verschwindibus. Ha, 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 ha. Das können... Oh, da kommen wir uns. Machen wir mal. Warum nicht? Aqua Verschwindibus. Ich weiß nicht, von wo aus man es macht. Die beiden lernen sich gerade kennen. Bruno und Zita. Oh, oh, gut. Ich gucke jetzt nochmal nach Zita. Okay. Bruno. Guck mal. Aqua Verschwindibus. Und funktioniert. Ha, ha, ha. Wie cool ist das denn? So, Moment. Die ist ja wirklich ziemlich ausgelassen. Ja, dafür können wir sie loben. Und liebhaben nochmal Leckerchen. Da gibst du ihr auch nochmal. Und Detlef. Ähm. Ich glaube, mit dir gehe ich ins Bett. Also, ich schicke dich ins Bett, meine ich natürlich. Britney. Britney hat noch ein bisschen Hunger. Dann geh doch mal was essen. Guck mal, was wir in den Kühlschrank noch haben. So. Sie wird ja morgen erwachsen. Das heißt, dass sie auch gar keine... Äh. Warte mal. Spielen mit. Dass sie auch eigentlich gar keine Hausaufgaben mehr hätte machen müssen. Aber egal. So, du gehst dann nochmal hier. Benutzt den Säubern, Säubern. Und kannst dann ins Bett auch noch gehen. Hoch. Das hier, ja. So. Okay. Irgendeiner ist da draußen. Das ist, glaube ich, Fridolin. Hallo, meine Kimama kommt bei mir hier gerade. Nicht auf die Tastatur, mein Scherz. Danke. Sie da bleibt lieber draußen anscheinend. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz gucken. Was war das mit dumm, faul, zutraulich, ängstlich, benibelt? Was macht er nicht am Mikrofon? Warum schleicht er sich da rum? Oh Gott, was so ein miserables... Was will er denn? Was will er denn? Ich sag mal einfach mal begrüßen. Lass bloß die Zita hier liegen. Komm, warum schleicht er hier rum? Ich versteh's nicht. Hat er sich doch heimlich verknallt, weil er ja immerhin einen Abschiedskuss gegeben hatte. So, die Ben sind im Bett. Ja, Britney ist alleine. Die isst halt gerade noch. So, komm mal raus. Hey, hey. Hey, mach dich schon. Okay. Jetzt irgendwie... Ja, ich mach mal die Düse. Hier, okay. So, jetzt hier. Liebhaben, Leckerchen. Und spiele mit. Spiele mit Finger wackeln. Und Luft. Dingsbums. Was auch immer. So, jetzt muss ich mal gucken. Jetzt muss ich ja generell noch mit allen noch ein bisschen besser befreunden. Da ist ja noch gar nicht so richtig Freundschaft bei den Hunden dabei. Von daher... Gucken wir mal. Loben für Tierfutterfressen. Liebhaben, Leckerchen. Spiel mit. So, ich mach mal gerade ein bisschen schneller. Geht rein. Der Hund geht jetzt endlich auch mal rein. Ich muss... Wartet mal ganz kurz. Ich muss mal was gucken. Ich hab hier einen, wo sie sich hineinlegen können. Zwei hab ich draußen. Weil der ständig hier liegt. Der Hund liegt ständig mitten im Weg. Das ist natürlich auch blöd. Hier oben. Also gut, die Kleinen können das natürlich nicht. Aber hier wäre auch nichts. Und nochmal eine Etage höher. Bei ihr hab ich zwar was. Aber da können ja nur die ganz Großen auch hoch. Okay. Ich muss mal gucken. Wo könnte ich denn eventuell hier nochmal was reinstellen? Schwierig. Das Klavier umstellen. Aber ich find's immer so schön, wenn die hier unten Klavier spielen. Oder da... Oh, wir brauchen mal was zu essen wieder. Oder kann ich das noch? Wartet mal. Wenn ich's gar nicht wegschieben müsste. Ich bin natürlich doof, dass die Dinger mal so groß sein müssen. Ah, hier, guck mal. Das geht noch. Das Bild schaut. Ach komm. Wisst ihr was? Ich verkaufe mal das Bild. Toll, locker, schlappe, was auch immer gewesen. Ich kaufe mir mal lieber eines, das irgendwie hübscher ist. Mit Hunden drauf wäre natürlich irgendwie besser. Ne, das ist nicht so schön. Das da. Genau, das gefällt mir. Okay. So, das passt doch auch super. Und dann hab ich nämlich hier noch ein zweites. Genau, wo sie dann auch noch drin schlafen könnten. Ich guck mal später, ob ich das ein bisschen schieben kann, wenn irgendwo einer drin liegt. Weil ich kann jetzt natürlich auch immer nur da, also, äh, so rum, äh, glaube ich, vielleicht auch gar nicht mehr auf den Stuhl. Mal schauen. So, Prigny. Meine Güte, was haben wir eigentlich für ein Hobby? Musik und Tanz. Na, das passt ja ganz gut. Hier hab ich noch gar nicht so viel mit ihr geschafft. Das ist natürlich schon krass. Ähm. Oh. Das hier leg mal bitte weg. Oh. Aufwischen. Und mit der Belinda loben für, ne, Feindseligkeiten. Ne, das schimpfen wir mal aus. Und dann spielen wir nochmal mit ihr mit. Genau. So, ich guck mal nach den beiden. Oh. Du bist jetzt wach. Dann kannst du mal aufstehen. Kannst hier oben mal auf die Toilette gehen. Und dich mal heute angeleiden. Ich glaub, der war den ganzen Tag nicht angekleidet. Jetzt guck mal, wie dein Fitnesslevel aussieht. Super gut. Super gut. Dann würde ich jetzt einfach sagen, geht wieder Insekten aufspüren. Und bei Angela. Da ihr Mann jetzt im Bad ist. Achso. So, jetzt einmal duschen gehen. Und was ich jetzt bei dir noch, ja, ganz toll fände, ist, wenn du mal wieder hier oben weitermachst. Äh, Weg der Erleuchtung lernen. Und, ja, machen wir. Und Britney spielt. Während hier meine Mama hier rumläuft. Britney spielt ein bisschen. Hier haben wir auch noch zwei Zeitschriften. Ich glaub, die beiden sind Naturzeitschriften, die nicht so wirklich viel bringen. Unsere drei, vier Hunde sind gerade hier. Ich muss mal ganz kurz gucken. Unsere Jüngste ist noch in vier Tagen erst. Und die anderen in drei Tagen. Okay. Das wird natürlich dann noch ein bisschen brauchen, bis die dann erwachsen sind. Und... Pettliff. Boah, versucht Insekten zumindest zu fangen. Angela? Hey, Angela! Aufstehen! Ich bin nicht auf Aufstehen anscheinend gegangen. Achso, Britney. Hier. Mal füllen, säubern, füllen. Und vielleicht solltest du erst mal ins Bett noch gehen. So. Und dann ist der Tag angebrochen, an dem sie erwachsen wird. Mh. Bei ihr habe ich wirklich noch gar keine Ahnung, mit wem ich sie irgendwie verheiraten und Kinder lassen. Werden sollen. Mh. Schauen wir mal. Das ist wirklich noch nicht so... Ja. Zu sehen, wer das denn sein wird. Und hier... Das sind die Insekten, die gerade Detlef wahrscheinlich einsammelt. So. Graue Witwe. Oh, eine Spinne mal gefunden. Interessant. Ich glaube, die Spinnen habe ich noch sehr selten. Egal, wo ich war. Und Angela lernt mal wieder. Yay. Das ist super. Ich weiß gar nicht mehr... Dränke, Trankbraun. Viele Dränkebraun. Oh, ja, okay. Drank zur Steigerung der Nittigkeit. Für was braucht man den? Heiltrank, Hex, die Hex weg. Nein. Und vielleicht kann Angela ja dann auch noch Britney auch zur Hexe machen. Schauen wir mal. Ähm, das... Weiß ich gar nicht, ob das eigentlich als Teenager geht. Aber bisher war das nicht möglich. Und ich glaube, da es regnet, darf unser Deadlift nun auch mal reinkommen. Und mal in die Wanne gehen. So, da jetzt aber auch gar nicht mehr so viel zu tun ist, spüre ich mal ein bisschen vor. Wobei, hier darfst du mal wieder aufwischen. Genau, da darfst du auch nochmal aufwischen. Dann kannst du... Loben für Verspieltheit. Dann hier nochmal mit einem der Hunde spielen. Und Angela? Hey. Warum machst du nicht weiter? Weg der Erleuchtung lernen. So, wir haben kurz nach neun. Und ja, das heißt dann für mich, dass ich wieder das Haus für heute quasi verlasse. Und dann geht es zum nächsten Haus. Und das wird dann das Haus der Traumtänzer. Nämlich, lasst mich mal legen. Ja, Thorsten Traumtänzer sein. Hier nebenan. Ich sage jetzt erstmal einen Tschüss und Goodbye. Wir sehen uns dann in einer nächsten Runde, wenn es dann weitergeht. Bis zum nächsten Mal. Eure Saki Night Owl. Ciao, ciao, ciao.